Hallo und herzlich willkommen. Nachdem wir am zentralen Kräftesystem uns angeschaut haben, was es heißt, eine resultierende Kraft zu berechnen und was es heißt, Gleichgewichtsbedingungen aufzustellen, wollen wir dasselbe jetzt machen für das allgemeine Kräftesystem. Deswegen müssen wir uns zunächst anschauen, was verstehen wir unter einem allgemeinen Kräftesystem und spielen da vielleicht noch Momente mit eine Rolle. Links habe ich zunächst mal jetzt auf dieser Folie die allgemeine Aussage platziert. Schneiden sich die Wirkungslinien aller am System beteiligten Kräfte nicht in einem Punkt, so liegt ein allgemeines Kräftesystem vor. Schauen wir uns das auf der rechten Seite an einem einfachen Beispiel an. Also ich gehe wieder davon aus, dass ich eine Wirkungslinie einer Kraft habe und irgendwo auf dieser Wirkungslinie liegt diese erste Kraft. Habe ich eine zweite Wirkungslinie und irgendwo auf dieser zweiten Wirkungslinie liegt mein F2 und ich habe eine dritte Wirkungslinie und irgendwo hier liegt mein F3. Dann schneiden sich offensichtlich die Wirkungslinien dieser drei Kräfte nicht in einem Punkt. Und dementsprechend liegt dann hier ein allgemeines Kräftesystem vor. Nicht vergessen, alle Kräfte, die wir immer so zeichnen, wirken immer an einem Körper, deswegen skizziere ich den diesen hier anschließend auch nochmal ein. Zunächst mal wollen wir uns wieder mit der grafischen Methode auseinandersetzen und wollen uns anschauen, wie man im Falle, dass wir zwei parallele Kräfte haben, wie hier eingezeichnet, die resultierende Kraft bestimmen kann, und zwar grafisch. Bei diesem Vorgehen ist der erste Schritt, dass wir zwei Hilfskräfte einzeichnen. Diese grünen dargestellten Hilfskräfte, FH, sind entgegensetzt und leicht groß. Das heißt, die heben sich gegenseitig auf, ihre resultierende ist 0, deswegen können wir die auch einfach hinzufügen. Okay, jetzt können wir jeweils die resultierende Kraft bilden zwischen F1 und FH und F2 und FH. Und diese resultierenden, die können wir jetzt nehmen, können deren Wirkungslinien einzeichnen und können die auf ihren Wirkungslinien so lange verschieben, bis wir den Schnittpunkt haben. Und jetzt können wir wieder über das Kräfteparallelogramm aus diesen blauen Kräften uns die resultierende beschaffen und damit haben wir die resultierende aus F1 und F2. Okay, also das ist die klassische Vorgehensweise. Jetzt habe ich hier auf der linken Seite schon mal ein Koordinatensystem eingezeichnet, wobei eigentlich mich nur die x-Achse interessiert. Und hier bis an diese Stelle, das wäre sozusagen der Abstand xr meiner resultierenden Kraft von dieser Bezugskante, die ich hier eingeführt habe. So, und wenn ich diesen Abstand jetzt berechnen möchte für diesen Spezialfall, dann ist das so kompliziert nicht. Ich kann jetzt das Moment einer Kraft bezogen auf eine Bezugslinie hier bestimmen. Und das würde ich also machen, indem ich anfange mit meiner resultierenden fR mal xR und das muss genauso groß sein wie f1 mal L1, zeichne ich gleich noch ein, plus f2 mal L2. Okay, also diese zwei Längen L1 und L2, die muss ich jetzt hier noch einzeichnen. Die gehen nämlich ebenfalls von dieser Bezugslinie aus und dann könnten wir hier das L1 einzeichnen und wir könnten hier hinten das L2 einzeichnen. Und jetzt kann ich das natürlich einfach nach xR umstellen. Das heißt, wir hätten dann xR ist gleich f1 L1 plus f2 L2 geteilt durch fR. Und fR selbst ist dann einfach nur die Summe aus f1 plus f2. Okay, damit hätten wir sogar noch rechnerisch jetzt diesen Abstand für den Sonderfall, dass die Kräfte parallel sind, bestimmt. Wenn die Kräfte jetzt nicht parallel sind, dann ist es ein bisschen aufwendiger und das schauen wir uns jetzt an. Auf der linken Seite sehen wir einen Körper, an dem also mehrere Kräfte angreifen, f1, f2, f3. Das Einzelmoment mk, das lassen wir erstmal außen vor. Wenn wir die Resultierende bestimmen wollen, dann ist es zunächst mal nichts anderes, wie das, was wir bisher immer gemacht haben. Also wir können sagen, fRx ist die Summe aus fIx von i gleich 1 bis n und fRy ist die Summe aus fIy von i gleich 1 bis n. Das ist nichts Neues, das kennen wir bereits. So, der Betrag der Resultierenden, kennen wir auch, ist dann die Wurzel aus fRx² plus fRy² und Tangens Alpha R ist dann fRy geteilt durch fRx. Jetzt sagen Sie sich vielleicht, okay, das kennen wir alles, das ist nichts Neues, wo ist das Problem? Gut, das Problem taucht jetzt an der Stelle auf, dass man die Lage der Resultierenden bestimmen muss, weil wir haben ja jetzt kein Zentrum, wir haben jetzt keine Stelle, wo alle Kräfte sich schneiden und wovon auch die Resultierende ausgeht. Und deswegen werden wir jetzt als nächstes das Resultierende Moment bestimmen von den Kräften, die am System beteiligt sind. Und das Resultierende Moment wäre dann, wenn ich von der Resultierenden Kraft ausgehe, die ich wiederum zerlegen kann in fRx und fRy wäre dann minus fRx mal y plus fRy mal x. Das kann ich nach fRx mal y umstellen, bringe ich auf die linke Seite, fRx mal y steht auf der linken Seite, bleibt rechts übrig fRy mal x minus das resultierende Moment MR. Teile ich das jetzt durch fRx, steht da y ist gleich fRy geteilt durch fRx mal x minus resultierendes Moment aus diesen Kräften geteilt durch fRx. So und diese Darstellung ist jetzt nichts anderes wie eine Geradengleichung, die wir aus der Mathematik kennen. Ich nehme ein bisschen eine andere Farbe und dann haben wir immer gesagt, y ist gleich mx plus n. Und jetzt sehen wir, wenn wir vergleichen mit dem, was oben drüber steht, dass m der Quotient aus fRy zu fRx ist und n ist minus MR geteilt durch fRx. Das heißt, wenn ich fRx, fRy und das resultierende Moment habe, kann ich die Wirkungslinie der Resultierenden gemäß dieser Geradengleichung skizzieren. Und das wollen wir uns jetzt auch für ein konkretes Beispiel anschauen. Sie sehen, ich habe hier Kräfte eingezeichnet in ein Koordinatensystem. An den Achsen stehen jetzt Zahlen und diese Zahlen entsprechen jetzt einer Meter-Einteilung, so dass ich hier entsprechende Hebelarme ablesen kann. Und wenn ich jetzt fRx bestimmen möchte, dann mache ich das aufgrund von dieser Skizze. Also wir wissen, fRx ist die Summe aus fIx und fRy ist die Summe aus fIy. Schreiben wir jetzt einfach untereinander. Zum Beispiel fangen wir hier an mit f1x, f2x und f3x. Und hier drüben schreibe ich einfach hin f1y, f2y und f3y ist gleich. Okay, schauen wir in die Skizze. Nehmen wir unterschiedliche Farben, damit wir das ein bisschen auflösen können. f1x, okay, das ist dieser Anteil. Das wären im konkreten Falle 3 Newton, wenn ich den Maßstab entsprechend hier gewählt habe. f2x wäre das, sind 2 Newton. Und f3x wären dann minus, müssen wir aufpassen, negatives Vorzeichen, minus 2 Newton. Selbe können wir machen in y-Richtung. F1y, minus 1 Newton. F2y, plus 1 Newton. Und f3y, plus 1 Newton, positives Vorzeichen. Bilde ich die Summe auf der rechten Seite, kriege ich für fRy 3 Newton raus. Und für fRx auf der linken Seite, kriege ich ebenfalls 3 Newton raus. So, das heißt, meine resultierende fR wäre jetzt die Wurzel aus 3 Quadrat plus 3 Quadrat. Also, 9 plus 9 und das sind, also wenn ich die Wurzel aus 18 ziehe, 4,24 Newton. Und Tangens Alpha R, fRy zu fRx ist gleich 1. Die Umkehrfunktion liefert mir, dass Alpha R gleich 45 Grad ist. Okay. So, damit habe ich den Winkel raus und ich habe die Größe raus von fR. Aber was ich jetzt noch brauche, das ist die konkrete Lage in diesem Koordinatensystem. Das heißt, jetzt benötige ich noch das resultierende Moment. Und das rechnen wir uns mit Hilfe von dieser kleinen Tabelle aus. Also, wir schreiben uns oben drüber nochmal die Formel. MR ist gleich. Okay, wenn ich mehrere Kräfte habe, in dem Fall habe ich 3, i gleich 1 bis 3. Und jetzt habe ich minus yi fix plus xi fi y. So, das heißt, ich mache mir eine kleine Tabelle. Hier steht i, 1, 2, 3. Und dann tragen wir uns hier ein, minus yi. Hier tragen wir fix ein. Hier trage ich xi ein. Und hier trage ich fi y ein. So, und jetzt müssen wir halt einfach schauen in unsere Skizze. Auf der Seite zuvor. Wenn ich mir die Kraft 1 anschaue und jetzt hier, also f1, den Hebelarm suche, dann habe ich hier den Kraftangriffspunkt. Und in y-Richtung habe ich die minus 1. So, minus yi, minus mal minus ergibt plus, trage ich also jetzt hier für diesen Hebelarm die 1 ein. Und der Kraftanteil in x-Richtung, das war der grüne Pfeil. Das ist das, was ich hier schon eingetragen habe. Das waren die 3 Newton. Nächster Anteil, f2, yi ist plus 1, kommt noch ein Minuszeichen davor. Also habe ich hier minus 1. Und der Kraftanteil, das ist der grüne Pfeil hier bei f2. Das sind die 2 Newton. Newton lasse ich jetzt mal weg. Gehen wir abschließend zu f3. Da haben wir in y-Richtung überhaupt keinen Hebelarm, weil die Kraft hier auf der x-Achse bei y gleich 0 beginnt. Also kann ich hier die 0 eintragen. Und der Vollständigkeit halber trage ich die minus 2 für die Kraft noch mit ein. Okay. So, dasselbe machen wir jetzt nochmal für die andere Richtung. Das heißt, wenn ich jetzt hier einsteige, brauche ich jetzt das xi. Und das xi ist der senkrechte Abstand hier von dem y-Anteil der Kraft f1. Und das ist genau 1 und der y-Anteil ist minus 1. Also trage ich hier die 1 ein und hier die minus 1. Bei der Kraft f2 haben wir dann hier als Hebelarm 2 Meter und die Kraft ist plus 1 Newton. Also hier die 2 und hier 1 Newton rein. Und bei der Kraft f3 haben wir als Hebelarm hier wieder 1 Meter und der Kraftanteil sind 3 Newton. Also 1 und 3. So, jetzt habe ich meine Tabelle soweit ausgefüllt und jetzt kann ich mein resultierendes Moment aufschreiben. Das wäre also immer das Produkt hier von jedem Pärchen. Also 1 mal 3 ist 3. Einheit lasse ich jetzt mal weg. Minus 1 mal 2 ist minus 2. 0 mal minus 2 ist 0. 1 mal minus 1 ist minus 1. 2 mal 1 ist 2. Und 3 mal 1 ist 3. Ziehe ich das zusammen, kommt genau eine 5 raus. Und in dem Falle ist meine Einheit Newtonmeter. Das ist mein resultierendes Moment. So, steigen wir jetzt noch ein und formulieren die Geradengleichung. Dann schreibe ich die nochmal auf. y war f ry geteilt durch frx mal x minus. Resultierendes Moment aus diesen Kräften geteilt durch frx. So, jetzt schauen wir mal. Prinzipiell haben wir alles zusammen und können einsetzen. f ry waren 3 Newton. frx waren auch 3 Newton. Dann haben wir hier x minus. Das resultierende Moment waren 5 Newtonmeter. Und frx waren 3 Newton. Also kriegen wir hier abschließend eine Geradengleichung y ist gleich x minus 1,67 Meter. Das ist meine Geradengleichung. Okay, und jetzt kann ich auf die Seite zuvor gehen und kann meine resultierenden eintragen. Also, wenn wir jetzt hier schauen, der Nulldurchgang liegt bei minus 1,67 Metern. Hier sind wir bei 1,5. Hier sind wir ungefähr bei 1,7. Minus 1,7. Das ist mein Nulldurchgang. So, und der Anstieg ist 1. Das heißt, der Winkel ist 45 Grad. Das passt zusammen. Das heißt, wir können jetzt hier entsprechend unsere Wirkungslinie von unserer resultierenden einzeichnen. Und die ist beliebig verschiebbar. Also, das können wir jetzt hier irgendwo platzieren. Und die Länge müsste halt jetzt genau diesen 4,24 Newtonmetern entsprechen. Und das ist mein FR. Okay. Damit hätten wir die Lage der Resultierenden bestimmt über die Bestimmung des resultierenden Momentes. Das habe ich jetzt hier vorgemacht mit Hilfe von dieser Tabelle. Ein bisschen einfacher, wenn man dann geübter ist, geht es mit Hilfe der rechten Handregel. Und das will ich hier abschließend nochmal zeigen. Die rechte Handregel besagt, dass Momente, welche entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn drehen, positiv gezählt werden. Okay. Natürlich entgegengesetzt dann negativ. Tragen wir mal hier ein. Entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn. Das wäre sowas. Und diese blau eingeführte Kraft, die hat bezogen auf den Koordinatenursprung diesen Hebelarm. Weil das ist der rechte Winkel und das L ist der kürzeste Abstand zwischen der Wirkungslinie und dem Koordinatenursprung. So, und offensichtlich ist die Momentenwirkung von F entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn. So, dass wir in diesem Falle sagen würden, plus F mal L. Mache ich dasselbe jetzt hier auf der rechten Seite mit meinen drei Kräften. Schreibe ich hier zunächst mal MR ist gleich und jetzt fange ich mit F1 an. Ich zerlege natürlich wieder F1 in X-Richtung und in Y-Richtung. So, und jetzt brauche ich gar nicht so viel überlegen. Ich sehe hier diesen senkrechten Abstand. Und das ist in dem Falle 1. Und die Größe von F1 X ist 3. Also schreibe ich, Einheit lasse ich wieder weg, 3 mal 1. Entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn. Positiv. Hier, dieser Anteil an diesem Hebelarm, der dreht mit dem Uhrzeigersinn, also kommt ein negatives Vorzeichen rein. Größe der Kraft ist 1, Hebelarm ist 1. So, selbe machen wir hier. Größe der Kraft ist 2, Hebelarm ist wieder 1 und es dreht mit dem Uhrzeigersinn. Dieser Anteil dreht entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn, also positiv. Größe der Kraft ist 1, Hebelarm ist 2. So, und jetzt bleibt nur noch das übrig. Das kann ich weglassen, weil diese Kraft geht durch den Koordinatenursprung, hat überhaupt keinen Hebelarm. Habe ich nur noch das hier. Dreht entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn, Größe der Kraft ist 3 und Hebelarm ist 1. Zähle ich das zusammen, hatte ich immer Newton und Meter und in Summe kommt hier wieder 5 Newton Meter heraus. Damit habe ich Ihnen abschließend gezeigt, wie Sie eleganter und schneller zu dem resultierenden Moment gelangen können, was Sie für die Berechnung der Lage der resultierenden benötigen. Am Anfang werden Sie vielleicht diese Tabelle benutzen, später werden Sie es nur noch so machen, wie ich es auf dieser Seite gezeigt habe. Damit möchte ich diesen Teil abschließen. Das heißt, wir haben uns jetzt mit der resultierenden Kraft beschäftigt, bei einem allgemeinen Kräftesystem und in dem nächsten Video schauen wir uns dann das Gleichgewicht bzw. die Gleichgewichtsbedingungen an, wenn wir ein allgemeines Kräftesystem haben und in diesem vielleicht auch noch Einzelmomente vorhanden sind. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.